Tja, Freunde, hu, ho, ho, jetzt habt ihr mich aber ganz schön erwischt wieder. Hier ist wieder euer Gute-Laune-Boy. Und wo befinden wir uns? Tja, beim nächsten haben wir, würde ich sagen. Und der wäre im Industriegebiet. Da ist das Dorf noch so klein, aber ein Industriegebiet, das muss halt sein. Tja, schaut einfach hin. Mit diesen Bildern, wir haben alles, wir haben alles, uns geht's gut. Das ist nur hier auf dem Land, das ist einfach schön. Dafür sind wir ebenfalls bekannt. Und mit diesen Bildern hier, mit diesen Bildern und mit diesem Gewitter im Hintergrund verabschiede ich mich und sage, Bis zum nächsten Mal. Helme auf, bevor die Flut von oben kommt. In diesem Sinne, piep, piep, piep. Ich hab euch lieb.